Ja, so, also, wir brauchen hier eine Idee. Wie kommen wir da hoch? Oh, Moment mal. Was ist das denn? Vielleicht... Ja, könnte sogar recht einfach sein. Jawohl. Oh, siehst du. Sehr gut. Oh. Zu früh gefreut? Halt. Was ist das denn? Hä? Da hoch? Wie soll das denn klappen? Da schon wieder. Aha. Das macht doch hier alles weiß. Ei, ei, ei. So, da oben. Das ist die Frage. Oh, muss da schon was helfen. Mal gucken. Naja, ich glaube, wir müssen noch höher. Geht das überhaupt? Oh, scheiße. Achso, bin wieder hier. Ne, wo bin ich denn jetzt? Sind wir hier irgendwo... ...Zwischenfeld gelandet? Da oben. Ähm. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen... ...komm ich da unten irgendwo ran. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen... ...komm ich gar nicht weg. Ach doch. Wo bin ich jetzt? Lauf ich jetzt die Wand hoch? Warte. Also. So. Aber hier ist doch vorbei, hier ist doch nichts mehr. Da geht es ja noch nicht mehr hin. Doch. Oh, wo ich jetzt rauskomme? Das mache ich mal lieber so. Könnte passen. Das hat sich nichts geändert, ich bin ja nirgends anders an keiner anderen Stelle als vorher hier. Oder ich war hier tatsächlich noch nicht. Mal sehen, ob ich da oben hinkomme. Das Ding ist heller leuchtet. Und die andere da auch. Aber da kommt man nicht so richtig hin. Oder? Doch, doch. Aber ich mache es jetzt einfach. Da irgendwie rein. So, könnte gehen. Ach, das war knapp. Mist, das hat nicht ganz geklappt. Nochmal. Ja, und auch nochmal andersrum. Ups. Wo sind wir jetzt? Da. Ding. Und ding. Und nochmal hoch springen ordentlich. Ah. Jo. Guck an. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Scheint doch richtig zu sein. Paradoxa. Keine KI kann Ihnen widerstehen. Was? Was ist jetzt los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, da. Die Luke geht auf. Und die Rohre. Angeschlossen. Da kommt was. Na, fährt er bis ganz runter. Ja. So, dann muss ich da wieder hin. Sag ich mal. Auf geht's. Wenn ich dicht genug herkomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Okay. Vielleicht. So, wo sind wir denn jetzt? Ah ja. Nehmen wir mal den hell erleuchtenden Weg. Gut. Es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige Wacht geile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Wo? Geschafft. Yay. Ein Traum. Teil 8. Die Unruhe. Ja. Unruhig war ich eben schon ein bisschen. Aber liefert doch noch. Zum Teufel nochmal. Ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Hm. Oh, das sieht dann mal wieder nach modernen Test kann man aus. Heißer, kochend heiß. Okay. Kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf. Oh, hier ein Aufzug. Wir moxen hier seit 12 Stunden. Du hast es nicht geschafft. Am besten, wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Na dann mal los. Hier geht's runter. Hey, das gewohnte Bild ist wieder da. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Was ist das denn? Das sind Kisten-Droiden oder was? So, da wird er ja gar nicht liegen, wa? Ach doch. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxon. Dieser Satz ist falsch. Nö. Ähm, wahr. Wahr, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon. Ich flitze. Wie mache ich das denn jetzt? Unter. Paradoxon ist keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Äh, falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Ich. Es hat dich doch repariert. Warnung. Was für eine Explosion? Na, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, ähm, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Ach so. Jetzt ist es weg. Hätte nur warten müssen. Aber ich musste nur warten. Alles klar. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Allerdings. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein, so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Ah, aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge. Das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay. Du testest. Ich bin zufrieden. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Töst. 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 Oh, wir sind in der Testkammer. Eins. Von eins. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich. Extrem gefährlich. Im Moment noch nicht. Aber ich arbeite hart daran. Jo.